jetzt sterben müssen wir eigentlich da unten ist es ist egal da unten kreft johann Töding da verdammt ich stehe wieder nicht auf Schöne Machete gedrückt lassen wegen mit Mixpower ja gut dann nimm das und steckst hier ein nein das Regal gut es bringt jetzt eh nichts mehr weil ich auch blut da ist noch nicht erfüllt das ist immer noch da das ist einfach mal irgendwo reinzustecken weil das wird müsste dann eigentlich angezeigt werden das dritte die Kirche und zwei Leifers du auch ich glaube ich will dann trotzdem erst mal die Dommelischen Minecraft da kommen bei lebenden wurden überharmt ja du wirst uns haben wie ich finde gut gut das war's und ja hallo und schönen guten Tag also kein Platz mehr genau kein Platz mehr an der Hölle ich bin da müsste die Upläser prämen mit einem Freund an der die Eichhörer gleich nochmal das die Eichhörer die Eichhörer er steht ein der Eichhörer BZ Ja, ich hätte es zwar so gemacht, bei der Treppe, wo man nuff gehen kann, da kann man ja das mal ganz verriegeln. Also die Treppe, wo man nuff gehen kann, da hätte ich das dort verriegelt. Ich brauche einen Vorschlaghammer. Äh, Vorschlaghammer, ich brauche hier. Wennst du sollten, eventuell auch mal verriegeln? Oder machen wir, komm mal mit zur Treppe, wo es nuff geht. Dann verriegeln wir einfach da alle. Zugänge, die zu verriegeln gehen. Ja, was leider nicht funktioniert, sehe ich gerade. Das ist das Problem daran, also alles vor Barrikadien? Ja, sämtliche. Oh, guck mal, da komm ich in der ersten putzlichen Freunde und so. Du musst nur ein bisschen abwärmen, ich schließe erst mal alles. Ich kämpfe doch nicht mit denen, ich muss selber noch zumachen. Das werden wir eh nicht lange überleben. Die Überlebenschance ist ja zu zweit sehr gering, ne? Das weißt du ja bestimmt. Warum kann er jetzt keine Bretter mehr aufnehmen? Stinker auch. Na los, komm, gepatchert. Guten Tag, lieber Freund, guten Tag. Guten Tag, Herr Werner. Ich habe gar keinen Aufbau, es war für Dario. Guten Tag, Herr Sombay. Guten Tag, Mrs. Sombay. Ich hoffe, ich habe Sie einen schönen Tag. Nils, komm mal bitte her. Ich werde hier gerade hauen. Ach, was gerade? Oh, Mist. Geh doch weg. Oh, ups. Ich glaube, das war meine Schuld. Ich bin nämlich gerade nicht abwehrfähig. Hallo, Opa. Hallo. Na toll. Warum ist das immer, wenn ich mich schicken will? Immer dich töten wollen. Oh, jetzt habe ich dich. So, ich komme noch von oben, bis eine Rätschaft. Also sozusagen, du kannst mit dir nicht rüberkommen, oder was mit der Zeit und so. Boah. Oder hast du doch so viel Zeit, dass du rüberkommen kannst? Nein, so viel Zeit habe ich leider nicht. Schade. Dann hätten wir ja nicht so drauf trinken können, dass so Luca nicht mehr da ist. Ich meine, der müsste mir in den Plätzen spielen. Da heißt der jetzt Terror, Luke. Ja, stimmt, da ist er jetzt. Warum nicht gleich Terror? Das ist besser. Das habe ich nicht abgehauen. Ich erschieße jetzt den Fernseher. Nein, tut das nicht. Jeder kriegt da nur noch ein Loch in die Bildröhre. Multiple contacts moving to interceptor grid, one, two, nine, eight, three, plus two, plus two. Be advised multiple contacts approaching so on there, two, eight, four. Do your best to hold out. Da vorne liegt einer. So, ich habe mir einen Kontakt auf den Schneidraum. Hey, gesorgt. Verdammt. Es gibt da gerade ein wunderbares Problem, ne, mit Zombies und Rom. Ich renne schon mal hier nuff. Damit wir die Zone hier oben abwehren können. Mist. 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 Ich glaube, die kommen gerade durch sämtliche Öffnungen in dem Haus, ja? Falsch verständlich. Oh, das sollte uns mal nach irgendwo gehen, oder? Ja, ja. Genau, deswegen, ja. Ich habe ja dann noch ein... Oh, fuck! Ich habe ja dann auch mal auf die Tasten beschlagen beim Klavier. Das macht dann wunderbare, wunderschöne Töne und so, ne? Ich habe ja dann noch mal auf die Tasten, wenn ihr Stress wollt. Ich muss... Wir begeben uns am besten mal nach oben. No more, man! Ja. Ich glaube, das macht sich besser. Ich nehme mal das Messer mit, ne? Ja, ich nehme mal... Ich muss meine... meine... ähm... ein Hate-Kit habe ich mir mal genommen. Ja, ist in Ordnung. Ich habe... alles so was mit Sanitäter und so zusammenhängt... So, Scheibe geplatzt. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen was. Oh, wer unten... Weiß mit uns. Okay. Mhm. Cool. Ich kann heute Treppe runterkommen. Dann sag ich Ihnen doch mal guten Tag. Schön, dass ich keine Runde mehr habe. Ach, so. Keine Passion. Ich brauche das Scharfschützengewehr. Ach, du hast jetzt die Barretas schon mitgenommen. Ach, Mann. Ich habe nämlich Muni für... Oh, verdammt. Oh, verdammt. Fuck! Hier, warum komme ich nicht mehr ins Fenster rein? Springen und ducken dabei. Ja, wir haben leider nicht dutschen, warum? Ja, das... Das ist immer eine Sache, was ich... Ja, das ist das. Sonst wäre es ja nicht nochmal rum und her. Vom Spielgefühl, das ist das. Das ist von Versteuerung, ja, manchmal. Oh mein Gott, da kommt der Opio hoch. Oh mein Gott, der Opio hoch. Dann kommst du Opio hoch, und halt Opio um den Opio hoch. Ja, ich bin ein Tag, Opio hoch. So, tschüss, Opa. Guten Opa, es gibt man einen tschüss, gell. Genau. Wie lange du regulieren 20 Minuten? Äh, ich glaube, ich weiß ja nicht, wie viel du eingestellt hast. Ich glaube 20 habe ich eingestellt. Hm, toll, du glaubst. Das klingt ja schon mal sehr, sehr verlockend, wenn du immer sagst, glaubst. Hm, ich höre Zombies, die nach, die um ihr Leben schreiten. Die um ihr Leben schreiten. Da kommt ein Freund. Hä, ja, warte, ich muss noch mich schon ranzoomen, weil es leckt ja nicht. Ja, wegen, habe ich gezommt. Ja, wegen zwölf FPS und so, da leckt das natürlich ein kleines Spiel ein bisschen. Na gut, ich jetzt nicht wirklich so unterschiedlich. Komm, Opio, ich gebe dir Opio. Achtung! Ja, Hedgehot! Ich habe einen Bonus. Ja, Hedgehot! Ja, komm. Last Mag, that's it! Komm, ein bisschen, Hedgehot! Falsverständlich, Lust. Tja, OP. Ich hab so voll aus dem Hinterhalt und so. Ist doch einfach noch brauchbar. Ich darf nicht. Na, scheiße. Da muss ich wohl jetzt in das mal einfach kämpfen. So, hier. Es gibt mehr Räume jetzt, habe ich so das Gefühl, oder? Nee. Nee. Danke.